Heute endlich mal wieder ein Vlog. Wir gehen trainieren. So, Schmarbo, bist du bereit? Weiß ich gerade noch nicht. Wofür Knie folgen? Auf jeden Fall nicht. Hallo! Hallo! Moin! Der Anpasserkäfig. Komm mal auf eine gute Hülle, du warst. Oh, ich muss ja von der Ecke. Was erwaut heute? Den würde ich auch so nennen können. Moin Greyhound, du wirst dankbar sein. Ja, ich müsste erst mal... Lieb und glücklich, absolut. Okay! Hey! Oh, das ist schon gut. Oh! 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 Gar nicht! Oh man, sie haben es nur angeteasert. Da kommt es doch! Es kommt doch! Okay! Einerseits hat das praktisch... Achso, das ist zu wenig, zu wenig, zu wenig Gewicht. Oh! 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 Oh, ich habe es im Mund bekommen! Oh! Das sind voll die Tropfen drauf jetzt! Wenn ihr The Mandalorian gesehen habt, da gibt es die weibliche Hauptrolle. die sieht genauso, also vom Körper sieht die aus wie die Mee. Die Mee gehört auch so ein richtiger Kämpfer, so eine richtige Muskelverpackte Frau. Und so eine Menge von Pipeschön. Alright, weiter geht's. Jetzt wo du es auf die Avengers abfährst und Marvel. Oh, ich hasse es. Was sagst du zu Melinas Entwicklung? Sehr gut würde ich sagen, fleißig ist sie, kommt immer regelmäßig, was ganz wichtig ist und macht die Übungen alle ganz sauer. Und da ist die Belohnung ganz einfach, es geht voran. Richtig, und das ist das Wichtigste. Und so muss es sein. Gucke ich dich jetzt an oder lieber die Kamera? Das ist scheiße. Das ist egal. Hyper-Extension, genau. Mee, warum machst du das jetzt wieder? Mein Unterrücken tut mir weh. Dein Unterrücken tut mir weh? Ja. Nein, also vielleicht wird es mehr so richtig. Ach, du merkst es dann mehr, okay. Aber ich wechsle das, ich variiere so. Okay. Dehnung, ganz wichtig. Dehnung. Immer schön dehnen. Sagen die Dehnen. Und dann gehst du hin und musst einfach den linken Elbogen bestimmt erst das Knie ziehen. So, und dann gehst du aber ganz zurück ans Grunde und wieder hoch auf die andere Seite. Zack. Ja, okay, das kann ich ja dann aber auf die Haut. Das kannst du auch. Nur, dass du ein bisschen die Seiten betont. So geht auch. So kann ich auch bleiben. Ich wirklich nicht. Komm, mach doch mal. Bitte. Oh Mann. Ach, bitte. So, rein. Halt ich hier mal fest. Nee, Leute. Na, wie fühlst du hier drunter? Das schaffst du. Ich hab keine Bauchnüpfle. Doch. Hast du das? Ja? Halt ich hier mal. Nein, ich komm nicht mehr raus. Halt ich mal fest. Das ist ein Wäschebein, oder? Ja. Ja. Pass auf. Und jetzt rutschst du einfach ohne, dass du ein Spann dich hier hältst. Nee. Doch. Ich bin hinten dran, pass auf. Komm her. Komm. 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 Rutsch mal runter. Nein. 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 Nein, mein Bein hängt da. Komm, 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 komm. Ja, genau so. Ja, komm. Ich rufe dich gleich zurück. Ja, genau. Jetzt kannst du auch die Hände dahinter in den Kopf halten. Ja. Und dann den Ellbogen. Genau. Und so kommst du wieder raus. Genau. Zieh dich einfach hoch. Oder so. Ja, das geht auch. War das jetzt schlimm? Oh Gott. Das war das. Also du fühlst dich heute auch richtig cool. Ja. Du bist am Tanzen. Ja. Manchmal will sie, dass ich aus mir rauskomme. Und wenn ich es mache, dann fühlt sich ja ganz schön cool heute. Das ist auch gut. Gut. Okay, okay. Ich habe ein bisschen schwerer gemacht mit dich ein bisschen. Wie? Am Ende. Wie schön. Ich habe am Ende ein bisschen traurig. Was bist du für ein Arsch? Ich sage ja immer, wenn ich nicht trainieren kann, dann bin ich kein Mensch. Das ist schon ein bisschen. Jetzt guck mal zu. Ich zeig dir mal. Wie man das macht. Fünf. Fünf. Sieben. Ah. Okay. Zehn. 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 I deveria thrill. Das war Ich gehe praktisch dafür, wie die Mäh. Erstmal die Fenster auf. Ja, man muss dem Deck dir auch helfen. Bei was? Ja, beim Lüften, damit er nicht hier hoch muss. Dann machen wir ein Stück Butterfly. Vielleicht dafür machen wir das. Wir lassen das. Nicht zufrieden, wenn du das hier drauf hast. Dann müssen wir mit dem Flüten herbekommen. Dann haben wir doch auch noch einen Schiff. Das ist gut. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Nur mal so als Tipp, am besten nix essen vom Training, das bringt es immer, bringt es immer richtig. Du hast es auch nicht in mir gehabt, aber die steckt das irgendwie immer besser weg. Vegan-Master-Protein ist auch wichtig. Ich bin auch um fünf aufgestanden heute und habe nichts gegessen. Also, hier schlägt gerade der Hammer. Pium, pium, pium. Pium, pium, pium. Eigentlich sind wir fertig. Aber die Schmöppel will immer noch weiter trainieren. Die Schmöppel ist halt ein wichtiges Animal. Zum Training kommen, richtig Gas geben. Ja, seh ich sie doch da hinten. Guck hier. Ich habe wieder alles gegeben. Oh. 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 Oh nein. Oh. Ich gebe immer 110 Prozent. Obwohl es sehr schwer fällt, wenn man mal mit so einem Schlorimeister, wie der Felix, trainiert. Ich bin ja immer eher mittlerweile für alleine trainiert. Bin ich nicht. Ich bin kein Schlorimeister. Ich bin eher Team alleine trainiert. Nein. Das meint sie nicht so. Gut, dass wir in einem anderen Arbeitsrhythmus sind. Und das ist eher... Wir sind halt wieder in einem Wolken. Oh. Das wird wieder so toll. Ich hasse ihn. Eurosa ruft mich an. Super. Und nein. 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 Die Sachen. Nein. Willkommen bei der gynäkologischen Behandlung von Melina. Fink. Und. Zusammen. Und. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Ja, ich wollte eigentlich noch das machen, aber das kann ich heute auch mal ausfallen lassen. Gib mir mal High-Five. Das Hard-Rap-Team ist ja ganz wichtig hier. Ja. Ja. Gut. Achtung, ich ziegut das andere. Achtung. Ja, ich warne immer vor, wenn die Leute das nicht sehen wollen. Achtung. Ja, ich warne immer vor, wenn die Leute das nicht sehen wollen. Yes. Baby. Einmal drehen, bitte. Ach, traurig. Sehr gut. Jetzt musst du weiter T-Shirts kreieren. Ja. Vertrag verlängert, oder? Nee. Und somit ist der Vertrag verlängert. Das ist ja wie, wenn du einen Handyvertrag machst und kriegst einen Zulauf. Ja. Nee, 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 nee. Das ist von der Haare. Er hat gesagt, ein ... Euro-Jahresvertrag. Stimmt. Warte, warte, warte. Aber dafür werden Werbefilme fürs Gym gemacht. Ja, stimmt. Vielleicht kriegst du jetzt zehn neue Verträge durch das Video. Eines Tages werde ich auf dich zukommen, wenn ich um einen Gefallen bin. Dann kannst du nicht Nein sagen. Oh! Oh! Haha!